Das Unternehmen, das wir uns heute anschauen, feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Ein Logistiker, dessen Aktienkurs seit Jahren durchstartet, wie du hier auf diesem Chart sehen kannst. Seit 2012 hat die Aktie ein Kursplus von über 4000% zu verzeichnen. Um welches Unternehmen es sich handelt, verrate ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blaes und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und will durch meinen Kanal und meine Onlinekurse helfen, dass du das auch schaffst. Noch eine Vorbemerkung. Das Video dient ausschließlich deiner Fortbildung. Es stellt keinerlei Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Ich zeige dir nur, wie man Aktienrecherche betreiben kann. Es geht heute um die Saja Incorporated aus Georgia in den USA. 12.000 Mitarbeiter, 2,8 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Transport- und Logistikunternehmen, das spezialisiert ist auf sogenannte Less-than-Truckload-Frachtdienstleistungen. Dabei geht es um die Zustellung von Sendungen, die weniger als eine komplette LKW-Ladung ausmachen. Der Fokus von Saja liegt auf einer schnellen und zuverlässigen Lieferung, mit fortschrittlichen Tracking-Systemen und bei hochwertigem Kundenservice. Saja verfügt über ein großes Netzwerk mit vielen Verteilzentren und Terminals in den USA. Das sorgt für eine effiziente Abwicklung der Aufträge. Wie bin ich auf Saja aufmerksam geworden? Ich habe wieder den TraderFox-Aktien-Screener verwendet und dabei den Schwerpunkt gelegt, auf eine starke Branche zu setzen und auf Aktien, die dann wiederum innerhalb dieser starken Branche vergleichsweise stark sind und die außerdem ein relatives Stärke-Rating aufweisen, das sehr hoch ist. Das bedeutet, dass die Rendite der jeweiligen Aktie im Vergleichszeitraum letzte zwölf Monate vergleichsweise hoch war. Dazu kamen als Scan-Kriterien noch Qualitätsmerkmale aus dem Piotrowski F-Score und dem Alle-Aktien-Qualitäts-Score. Dazu gleich mehr. Der Piotrowski F-Score legt Wert auf Profitabilität, auf Liquidität und auf Effizienz. Dabei erreicht Saja insgesamt neun von neun möglichen Punkten, also den bestmöglichen Rating-Score. Was den Alle-Aktien-Qualitäts-Score angeht, dieser legt Wert auf ein hohes Umsatzwachstum, auf ein hohes Gewinnwachstum und auf möglichst geringe Drawdowns. Auch hier hat Saja den Höchst-Score von zehn möglichen Punkten erreicht. Gehen wir nun in die SWOT-Analyse, was also die Stärken und Schwächen dieses Unternehmens angeht. Zu den Stärken gehört zweifellos die Spezialisierung auf die sogenannten LTL-Frachtdienste, das bereits angesprochene breite Netzwerk von Verteilzentren und die hohe Zuverlässigkeit und die schnellen Lieferzeiten. Schwäche von Saja ist möglicherweise die begrenzte internationale Präsenz. Es ist sehr abhängig vom nordamerikanischen Markt und die Logistikbranche hat natürlich relativ hohe Betriebskosten. Zu den Chancen von Saja gehört zweifellos die wachsende E-Commerce-Branche, die für eine starke Nachfrage nach Transportdienstleistungen sorgt. Dann kann Saja sein Produktportfolio erweitern und sich auch neue Märkte erschließen, zum Beispiel auch neue geografische Märkte. Und Saja könnte auch in umweltfreundliche Transportlösungen investieren. Zu den Bedrohungen gehört natürlich der intensive Wettbewerb im Logistiksektor, die steigenden Kraftstoffpreise und natürlich auch die allgemeinen wirtschaftlichen Schwankungen, die die Frachtnachfrage beeinflussen. Wenn wir jetzt hier eine erste kleine Chartanalyse wagen, das hier ist der Monatschart von Saja. Du siehst hier eine stabile Aufwärtsbewegung, die allerdings auch immer wieder gekennzeichnet ist durch einige Rücksetzer bzw. Konsolidierungsphasen. Unten habe ich abgetragen die relative Stärke nach Lewy. Wenn sich hier die Marke über 1 bewegt, dann ist dieses Unternehmen bzw. die Aktie gerade in eine starke Phase übergegangen. Ich habe das hier mal markiert. Du siehst hier an diesen Stellen ist der Kurs jeweils immer über 1 wieder gestiegen, nachdem er sich etwas erholt bzw. konsolidiert hat. Und so könnten wir auch jetzt wieder warten, bis Saja in eine Konsolidierungs- oder Rücksetzerphase eintritt, der RSL-Wert unter 1 sinkt und dann wieder einzusteigen, wenn der Wert sich wieder über 1 bewegt. Das musst du natürlich selbst mit dir ausmachen, mit deinem Handelssystem, mit deinem Risiko- und Moneymanagement. Interessant ist noch, dass Saja am 1. Februar dieses Jahres den Jahresabschluss 2023 veröffentlichen wird und der könnte für Bewegung in der Aktie sorgen. Du solltest dir also dieses Datum notieren und darauf achten, ob die Aktie reagiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte gerne ein Like und kommentiere es und vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren. Das hilft mir bei der Weiterentwicklung. Ganz herzlichen Dank dafür.